Tag 7, aus dem Campingplatz den Berg hoch mit kalten Beinen. Jetzt ist es mir warm. Es war ein sehr ruhiger Campingplatz. Ich hatte mich abends noch erschreckt, weil es hieß, es kommen noch zwei Gruppen. Das eine war eine Gruppe junger Menschen, die alle mit möglichst wenig Gepäck um Richtung Ostsee fahren. Das andere war eine Familie, Mama mit drei Kindern. Es ist auch schon... Oh, ein Bücherschrank. Ich unterbreche. Jetzt weiß ich, verschreckt gar nicht mehr, was ich erzählt habe. Morgen. Ich muss zwischendurch auf die Schilder achten. Also der Campingplatz war unglaublich günstig. Bisher der günstigste. 11 Euro die Übernachtung. Nochmal 50 Cent, um mein Handy einfach an der Rezeption einzustöpseln. Und dann nochmal 1,50 Euro für die Duschmarke. Und angeblich geht die Dusche vier Minuten, aber ich habe nach zehn Minuten aufgehört zu duschen, weil ich ein schlechtes Gewissen hatte. Jetzt. Also heizen Euro. Und dann haben die noch Brötchen oder Frühstücksservice. Und ich habe das Frühstück genommen. Das sind fünf Euro für zwei Brötchen, Marmelade, Wurst, Käse und einen Kaffee. Und da ich anscheinend die einzige war, die das Frühstück bestellt hat und die Kaffeemaschine nur ganze Kannen ausgibt, habe ich die ganze Kanne Kaffee gekriegt und habe die dann mit meinen Nachbarn geteilt, weil so schnell will ich doch gar nicht an die Ostsee, dass ich vorher eine ganze Kanne Kaffee trinke. Oh, und das sind die Teergebäude nagelneu. Errichtet mit dem Landwirtschaftsfonds der EU. Auch cool. Ich bin ja immer ein großer Fan, sowas zu erwähnen, weil es immer heißt, wir zahlen so viel in die EU ein und kriegen nie was zurück, aber wir kriegen auch was zurück. Zum Beispiel saubere Duschen. Dieses Stück des Bikelines ist noch als auf der Straße fallen markiert, aber hier gibt es mittlerweile einen sehr schönen Radweg. Das ist kurz nach Mecherin. Direkt wo man rauskommt, musste man wohl früher auf die Straße, aber jetzt gibt es hier einen Radweg. Und ich schiebe, denn es ging gerade für so früh am Morgen viel zu sehr einen Berg hoch. Ich bin am Knotenpunkt Staffelde oder Staffelde. Und hier gibt es wunderbare Hinweisschilder, was es da mit auf sich hat. Was es aber nie gibt, ist ein Wegweiser oder ein Eiseradweg. Ich vermute, es geht noch da. Sieht man das noch? Ich möchte es nicht anhalten, es geht gerade bergab. Da ist so ein Umspannwerk für die Windkraftwerke und da gibt es eine Steckdose. Da kann man offiziell sein E-Bike laden oder was auch immer. Also meine Zeltplatznachbarn haben ja vor, heute bis nach Rien zu fahren. Sie meinten 57 Kilometer. 75? 75 Kilometer. Das klang machbar, aber ich habe jetzt, es ist jetzt 10.10 Uhr, weil ich habe jetzt noch nicht ganz 20 Kilometer. Und ich sehe das heute noch nicht. Es ist ja nicht so, als hätte man Gegenwind. Also ich musste vor uns bergab treten, damit ich irgendwie über 20 kmh komme. Also es ist heute ein bisschen anspruchsvoll. Deswegen meinte ich vor uns schon, als sie noch neben mir waren, mittlerweile haben sie mich abgehängt, da meinte ich schon, ich glaube, ich gönne mir heute nicht so weit zu fahren. Und er meinte auch, ja, Gedanken lesen. Ja, heute habe ich wahrscheinlich die Dreifaltigkeit. Kopfsteinpflaster, Gegenwind und was war das nächste Plattenweg? Und jetzt geht aber der Radweg hier durch den Schlosshof. Ist auch cool. Nur schiebe ich die ganze Zeit, damit der Hund keinen Schlottertrauma kriegt. Herrgott. Jetzt muss ich nach da. Jetzt wird auch der Weg endlich wieder besser. Und da steht dann Schildradfahrer absteigen. Danke. Ich bin gar nicht dazu gekommen, mich draufzusetzen. Von da bin ich jetzt gekommen. Und dann geht es da weiter. Und ich habe ja gesagt, in Pencun mache ich Pause. Aber irgendwie kam nichts zurück. Aber jetzt kam hier eine Sitzgelegenheit. Und die nehme ich jetzt wahr. Also kurz hinter Pencun verstehe ich, wenn die Leute auf der Straße fahren. Jesus Christ. Und dann ist der Weg so zugewachsen, wenn die Löcher teilweise gar nicht sieht. Hier gibt es so eine Art straßenbegleitende Wiese. Ich fahre mich, ob das wirklich jemand fährt. Ja, so eine Art Ausfahrt. Also direkt wieder runter von diesem Wiesenweg und zurück auf die Straße. Das ist mir jetzt gerade allemal lieber. Weil ich schon sage, ich fahre lieber auf der Straße. Mit einem Mountainbike oder mit einem Cravel. Cravel, Cravel. Fahrrad. Bestimmt machbar. Aber für mich ist gerade und für den Hund. Nee. Absolut Kackscheiße, hätte ich beinahe gesagt. Zeigt wieder deutlich, dass ein Schild noch kein Radweg macht. Jetzt geht es hier wieder straßenbegleitend auf einem asphaltierten Radweg. Also hoffentlich, hoffentlich heißt es, dass das jetzt besser wird. Und dass wir das hinter uns haben. Klar schimpfe ich über Wind und Berge und so weiter und so fort. Aber das ist ja alles zu fahren. Aber wenn mir der Hund durchgeschüttelt wird, weil es so holprig ist, Beispiel A, dann ist halt wirklich nichts mehr zu holen und dann muss ich schieben und dann komme ich wirklich nicht voran. Leben und Leben lassen. Da bin ich jetzt runtergekommen. Und da ist hier voll der schöne Rastplatz am See. Wir sind immer noch in Leben. Leben am See. Leben, wie auch immer. Es ist kurz vorm zwölf. Ich mache Mittag. Reicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Bonk. Einmal ein Graben. Ausgezeichnet. Mittagspause haben wir gemacht. Ich habe jetzt mal auf die Karte geguckt. In Löckwitz gibt es in elf Kilometern einen Campingplatz. Jetzt ist es erst kurz nach zwölf. Aber das hat mich ja früher auch die letzten Tage auch nie davon abgehalten, auf den Campingplatz zu gehen. Ich habe das Gefühl, der Hund ist fix und fertig. Dem ist es auch zu kalt. Es sind 17 Grad. Ich habe dem schon in meine Jacke gewickelt, was zur Folge hat, dass es mir ein bisschen zu kalt ist. Da werden wir jetzt nach Löckwitz fahren und dann werde ich dort dem Hund das Zelt aufbauen, wenn die Platz für uns haben. Und dann kann er sich reinhuscheln. Und dann ist für heute gut. Das ist auch in Ordnung. Dann geht es weiter auf dem Oderweiserfläch. Aber ich bieg jetzt ab, denn hier geht's zum Campingplatz. Ja, auch das ist der Ordoneisradweg. Ich bin zwar heute nicht weit gefahren. Ich glaube, knapp über 40 Kilometer, müsste ich gucken. Aber es war ja super anstrengend, weil wir sind ins Land das Innere gefahren und damit direkt in den Wind und dann Hügellandschaft und sowas. Man ist ja bis Garz ziemlich verwöhnt und hat eigentlich quasi keinen Höhenmeter in der Lausitz. Am Anfang um Görlitz rum war noch ein bisschen, zwischen Görlitz und... Ich weiß nicht, wie der Ort heißt. Ich blende es ein. Da sind ja mal ein paar Höhenmeter, aber ansonsten ist das ja nichts. Und jetzt am Ende, wo du denkst, du hast es halb geschafft, jetzt auf einmal macht es diesen. Deswegen gibt es heute mal richtig Essen. Ich habe Mittagsschlaf gemacht, ich war ja relativ zeitig am Campingplatz. Der Hund hat Mittagsschlaf gemacht, der ist auch total groggy. Ich muss auch ein bisschen gucken, wie es dem Morgen geht. Wenn es dem Morgen wieder besser geht, können wir weiterfahren. Ansonsten ist hier morgen hier ein Löcknitzschluss. Aber noch sind wir nicht so weit. Wir gucken mal, wie es uns morgen geht. An dem Punkt waren wir ja schon mal und dann ging es weiter. Also, Daumen drücken. Ich bin vielleicht im örtlichen Netto etwas eskaliert. Aber mir ist zum Beispiel aufgefallen, dass ich die ganze Zeit noch nicht einmal Schokolade und sowas gegessen habe. Und dafür fährt man doch Fahrrad, oder? Morgen. Tag. Acht. Na, huschest du dich wieder ein? Ja. Zehn. Ja, ich... Entschuldigung. Ich muss erst mal Kaffee machen. Der Stellplatz. Hier gibt es direkt Strom und man braucht noch nicht mal einen Adapter. Ich habe die Powerbank nicht über Nacht liegen lassen. Ich wusste ja, dass es regnen soll. Tisch und Bank. Hier habe ich noch Nachbarn aus Tschechien. Direkt hier hinter dem Zaun geht der Waldweg lang. Letzte Nacht oder gestern Abend auch ein Problem, weil so ab 18 Uhr bis 22 Uhr hat die Wald... äh, die Waldjugend... hat die Waldjugend... hat die Waldjugend... ...dorf... beschlossen, dass sie mit ihren Simpen da... mämämämämämämäm... durch den Wald müssen. Auch die Straße vorm Campingplatz ist recht laut, aber... ja, so 21.30 Uhr, 22 Uhr war dann Ruhe. Also die Entscheidung ist gefallen. Der Rund ist total kroppen. Und, äh, ich denke, wenn ich heute einen Tag Ruhe machen würde und einfach hier bleiben würde und dann könnte er ausschlafen, dann könnte ich morgen wieder weiterfahren. Aber dafür habe ich keine Zeit mehr. Das heißt, ich nutze jetzt die Tatsache, dass gerade die Sonne scheint. Lass alles noch ein bisschen trocknen. Und dann geht's zum Bahnhof. Ich könnte auch noch bis nach Pasewalk fahren. Das sind noch 20 Kilometer, aber ich will dem Hund jetzt einfach alles ersparen. Das heißt, ich fahre hier in Löcknitz zum Bahnhof, fahre dann mit dem Zug nach Pasewalk und dann, äh, ja, und dann von dort nach Berlin und dann von Berlin nach Dresden, wenn die DB-App mir das so richtig rausgesucht hat. Ich muss halt mal gucken, wo ich einen Stellplatz für mein Fahrrad reservieren kann, weil die Verbindung zwischen Berlin und Dresden, das ist keine... das ist ja kein Regio, was mir eigentlich ganz recht ist. Da bezahle ich lieber eine Fahrkarte und reserviere fürs Fahrrad und weiß, dass es mit kann. Was ist das, was wir jetzt mal dieser Aufmerksamkeit? Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020